Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ich wusste doch, dass ich Zuschauerlevel geschickt bekommen habe und zwar drei Stück von German Flex D. Er hat mir bei YouTube geschrieben und er hat mir erst mal drei Level geschickt, klassische Level und das erste ist Desert Palace Construction Site. Ich werde drei Parts machen für die drei Level. Wir schauen, ob wir sie bestehen. Abschlussrate von 18 Prozent, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt und wir wollen einfach schauen, was uns erwartet. Ich bin gespannt und wie gesagt, ich liebe klassische Level, die nicht zu schwer sind, aber halt auch wahrscheinlich... Uah! Jetzt habe ich schon fast... Jetzt habe ich schon fast... Jetzt habe ich schon fast verkackt hier. Da oben ist auch irgendwas. Muss ich da zuerst runter gehen? Ich bin mir nicht so sicher. Ah, okay. Da hoch kommt man wahrscheinlich auch irgendwie. Muss ich denn eigentlich irgendwas sammeln hier? Hier gibt es eine Feuerblume. Das ist schon mal sehr gut. Die jetzt gerade weg ist und hier komme ich jetzt nicht mehr hoch. Muss ich leider wieder unten lang gehen und... Warte mal. Ja. Wahrscheinlich kriegt man hier die 10er Münze. Sehr gut. Okay. Aber vom Levelaufbau her sehr schön hier diese Häuser hier. Leben? Nein, kein Leben. Aber egal. Sowas gefällt mir richtig gut, ey. Okay. Sowas gefällt mir richtig gut. Ah, wir hätten erst die... Wir hätten vielleicht erst die Zielflagge aktivieren müssen. Dann hätte ich da vielleicht sogar eine Feuerblume rausbekommen. Wahrscheinlich. Was ist das für ein altes Schiff? Ey, das sieht ja richtig nice aus. Da habe ich eine Feuerblume. Dass ich wahrscheinlich da unten rankomme. Aber da bräuchte ich... Da bräuchte ich einen P-Switch. Den ist wahrscheinlich... Uah. Irgendwo hier unten gibt. Den könnte ich mir theoretisch gesehen... Hätte ich mir den auch mitnehmen können. Sogar kein Soft. Da kommt man wieder raus. Sehr schön. Boah, ich liebe so eine Level. Aber was ist da unten? Da gibt es wahrscheinlich ein Leben, ne? Da unten gibt es wahrscheinlich ein Leben, denke ich mal. Jawohl. Sehr schön. Alle weg. Alle weg. Alle weg. Alle weg. Die Pokis hier. Jawohl. Oh, sehr schön. Sehr schön. Noch ein Leben? Nein. Kommen wir noch in den anderen Bereich? Oder bleiben wir hier? Oh, wir sind schon am Ziel. Kann man hier? Ja. Oh, sehr geiles Level. Sehr geiles Level. Ey, super. Also gerne mehr so eine Level. Wirklich. Mag ich. Kriegt definitiv ein Like von mir. Und hätte ich schon viel eher spielen müssen. 36 Sekunden kann man es schaffen. Ist egal. Ihr seht jetzt hier nochmal die Level-ID. Irgendwo? Seht ihr die? Ja, da unten Level-ID. Könnt ihr gerne selber spielen. Das war das erste Level von FlexD. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part mit dem nächsten Level weiter. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Ciao, ciao. 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 Ciao.